Hallo, ich bin Isakhoff, bin 28 Jahre alt, bin freischweifender Künstler, wohne in Berlin und bin zur Zeit in Düsseldorf beim Diniotemps. Ein Markenzeichen ist meine Stylistik, die ich selber tatsächlich entwickelt habe über Jahre jetzt. Harte Kontraste, schön abgestimmte Farben und eine Formsprache, die so noch nicht existiert hat. Das, glaube ich, grenzt mich so ein bisschen von allem ab. Das ist tatsächlich aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil du dann quasi keine Formbilder hast und dir alles selber ein bisschen erarbeiten musst. Da war das auch irgendwie der Spaß daran, den Schatz zu verdienen. Ich habe durchschnittlich zwölf bis vierzehn Stunden gearbeitet, teilweise fünfzehn. Meine Freunde würden mich als Workaholic bezeichnen, der wenig schläft, wenig Freizeit hat und viel Arbeit hat. Ja, traurig. Also ich komme eigentlich regelmäßig an mein Limit und ich brauche die Downs, um die Abs besser zu erleben. Ohne die Tiefen gibt es keine Höhen im Leben. Ich glaube, es geht gar nicht so um das Thema Kunst, als mehr um den Taten dran bei mir, dass ich irgendwie was machen will und was schaffen möchte.